hallo und herzlich willkommen zu einem neuen reingeschaut reingespaut was auch immer wir spielen armio wir haben keine ahnung was das für ein game ist wir spielen einfach blind wie immer so start arcade boss start was auch immer das ist wahrscheinlich der protagonist oder so die musik läuft auf jeden fall schon mal ja ist ja gut jetzt hier wir haben jetzt gelesen der spiel heißt du kannst das weg machen und das spiel starten schadet sich die musik weg so also wir können einfach die fahrtaste nehmen wir können links rechts wir können ducken wir können springen jawohl und können wir auch schießen mit der maus alles klar also die schniffel schießt er nicht jetzt haben wir ein auto und jetzt jetzt wird es dunkel was auch immer diese laufen einfach mal weiter click to fire ja das habe ich schon mitgekriegt grün incoming steht da oben ich glaube wir müssen immer zum auto um wieder zum nächsten level zu fahren oder das ist ja easy dann gehen wir hier runter und einfach runter ist so einfach gesagt und ab ins auto geht nicht nein werde ich wohl ein bisschen rumrennen müssen hier ok kein problem ich habe irgendwie irgendwo für habe ich 110 Minuten gekriegt achso da ist ein incoming in die richtung hallo manchmal stockt das hier ganz schön der ist tot der ist tot alles klar da hinten ist der Hubschrauber oh los ah jetzt läuft es süßig komisch gerade schon warum ruckelt das denn so aber ja komm her ich habe ein maschinengewehr das muss doch hier besser schießen als gerade das was er gemacht hat hier wohl für die eben hatten diese Hubschrauber scheinbar genug ja jetzt ist er gleich kaputt und zack das war es für ihn nicht auf mich drauf fallen bitte so wo kommst du her geh weg du Eumel da oben ist noch ein incoming sieht schon wie eine Hubschrauber aus ja genau ja los ich muss nur stehen bei mir trifft mich nicht aber sprachsum wurde getroffen oh da kann ich nicht weiter gehen das ist schlecht ja hör auf mein gott das hat mein Leben doch schon ganz schön abgenommen dadurch hat ein bisschen gelitten jetzt würde ich sagen hier müssen wir noch machen aber können wir jetzt endlich mal aus diesem Level raus da komme ich nicht mehr hoch ne einmal unten schon bei ja da kommt der nächste Hubschrauber na komm her ja ja ich schieße sie einfach kaputt komm her oder fehlen her da unten liegen kann ich ja nie da unten kriegen doch so fertig das ist doch gut dass ich weiter nach unten komme scheinbar ne also rennen wir weiter hier rüber move out move out heißt Fahrzeug area is clear move out ok ich move out ah ja alles klar ein bisschen selbst erklären ein bisschen Schwierigkeiten aber auch das Game ne so dann gehen wir mal hier runter vor der oben schon wieder ein Hubschrauber kommt müde ich werde so langsam müde es wird gleich Zeit um jetzt weg zu gehen es ist gleich schon wieder 2 Uhr nachts ihr kennt das ich nehme immer so spät auf komm her du Hubschrauber schießen wir die von oben ab ich brauche ne bessere Waffe irgendwie gibt es ja keine besseren Waffen ja klar was schieße denn jetzt noch auf mich da sind das denn wir strahlen so das ist auch das ist der Hubschrauber auch weg Gott sei dank da ist mein Auto ok das ist mein Fluchtwagen weiß ich bescheid man kann hier aber in diesen Zwischengang das schmeiß gut oh ja komm her los weiter ja ich mach dich fertig ich komm her ihr könnt zwischendurch auch kommen ist kein Problem ich habe echt keine andere Waffen das wäre echt schade oh aua gerne eine andere Waffe das wäre richtig gut Raketenwerfer würde ich nehmen so jetzt nicht springen 5-Kill 5-Heli-Kill-Bonus ja schön ich habe einen 5-Heli-Kill-Bonus da komme ich nicht durch schade jetzt habe ich gleich einen 6-Heli-Kill-Bonus so komm her schön drauf halten hier ja ja du da hinten komm erstmal ein bisschen näher ja dann dann ist alles wie gerätzt ok so dann habe ich dich du 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 ja hee die daun so sind wir jetzt fertig hier oder noch ne ja kommt noch mehr da oben komm her du Hubschrauber jawoll da bist du eigentlich die schwarzen Sachen machen wir gar nichts ne ja das fällt ab wenn ich darauf schieße ah jetzt verstehe ich ja gut dann brauche ich hier nicht ausweichen kann ich nur den roten ausweichen jawoll down oh ich bin da hin gesprungen cool enemy down kann ich jetzt hier raus zu dem Level nein noch nicht hm du 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 einfach ein bisschen weiter laufen da kommt noch irgendwas na schon wieder Hubschrauber die sind ja sehr einfallsreich mit ihren Gegnern die normale Leute und Hubschrauber hm sprich jetzt nicht für die Kreativität aber gut sei es drum so gleich haben wir 100.000 Punkte ne 10.000 Punkte ne 100.000 Punkte ne 100.000 haben wir gleich ja ist schon nicht schlecht ne innerhalb von sieben Minuten so sind jetzt alle weg kann man jetzt das Auto ja voll move out haben wir schon gemacht das Auto fährt sogar weg unglaublich hätte ich jetzt nicht viel möglich gehalten so jetzt hier da oben ist schon wieder Hubschrauber fahr mal her ah komm du auch her oh naja ihr seid ja so schwierig zu killen oh man so dämlich kann auch nur ich sein von denen getroffen zu werden ja weiterfeuern 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 gut Aua 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 komm stütz einfach ab jawoll so hier kommt man die wieder rauf ne einmal unten immer unten also hier komm ich ein Stück weg rauf ich kann nicht mehr rauf aber danach wird es schwieriger na komm um Schrauber lass dich ein bisschen geschehen Aua hat sie hast du schräg einmal geschlossen ach so das ist aber unfair jetzt solche unfaire Mittel hab ich nicht hier ne dass ich schräg schließen kann so enemy down jawoll oh das ist sehr gut weiße Bildschirm kann man immer gebrauchen na komm her wo bist du denn 10 Helikil Bonus na super ich bin überglücklich kriege ich bei 15 auch wieder einen Bonus wer weiß das schon ob ich das Spiel überhaupt noch so weit spielen werde ich denke nicht weil besonders toll ist es jetzt nicht ich kann schon mal eine Punktevergabe machen also wir geben für Musik dieses Hintergrund die ist auch ganz stimmig die passt eigentlich dazu und sie nervt nicht deswegen würde ich für die Musik sogar glatte 4 Punkte geben hey 4 Punkte für Musik wer hätte das gedacht ich muss mir das mal notieren nicht dass mir das das letzte mal passiert also Musik 4 Punkte so Geräusche es gibt so Einschlaggeräusche es gibt leichte Schießgeräusche aber das war es auch schon an Geräuschen es ist sehr eintönig sonst würde ich also für heute das Explosionsgeräusch ok von dem Ding jetzt noch ein Explosionsgeräusch die Kerle machen natürlich auch noch ein Geräusch wenn sie angelaufen kommen bzw. sie sterben ähm ja und wenn er getroffen wird macht auch ein Geräusch also dann gibt es ein paar Geräusche da ich gebe für Geräusche dann doch mal 3 Punkte oh warte für ah jetzt habe ich hier das Ding ja alles klar ah ich meine jetzt nicht alles verschiebt ist auch alles doof ähm ich gebe was guck mal als nächstes aussehen ja aussehen ähm das Männchen ist absolut schlecht gezeichnet Hubschrauber erkennt man gut der Hintergrund bewegt sich etwas langsamer als der Vordergrund von daher auch ein verschiebbarer Hintergrund ist schon nicht so schlecht ähm ja ich habe schon Schlimmeres gesehen ich habe aber längst auch schon Besseres gesehen heißt ich gebe so ein Mittelding also genau 3 Punkte wenn ich jetzt den Hubschrauber fertig habe schreibe ich mir das auch auf so noch kommt ein bisschen mehr drauf genau also 3 Punkte dann kommt die Idee und Umsetzung ja Idee ist ein Actionspiel man muss hier Missionen erfüllen mehr oder weniger einfach nur alles abschießen was kommt jetzt nicht so atemberaubend die Idee aber so ein Rambo da durchzuschicken ist ja vielleicht schon ein bisschen Idee Idee und Umsetzung dann auch ähm es ist gut umgesetzt dafür aber es sind 3 Punkte dafür so Spielspaß ja es ist ein man verteidigt irgendwie immer das Stück dann wo man grad ist oder versucht es zu erobern oder verteidigt es halt gegen irgendwelche Eindringlinge Uncoming bedeutet eigentlich darauf her dass wir das verteidigen ähm es macht schon spaß durch zu rennen die das neue anzuschießen es ist halt nur sehr einfach ich kann mir vorstellen dass diese Langzeit Motivation einfach nicht gegeben ich hab keine ahnung ähm ich hab auch für Spielspaß nur 3 Punkte zack dann haben wir 4 3 äh hallo hallo ich mach mal eine Bewertung gerade hier kannst du nicht auf mich einschlagen da haben wir also 4 3 3 3 3 ähm das macht zusammen 9, 12, 16 wenn wir das durch 5 Teil kommt ziemlich genau 3 raus aber nicht genau aber ähm das sind auf dem Fall 3 Sterne so und wenn jetzt dieser Hubschrauber tot ist dann werde ich mich verabschieden äh lasst doch einen Daumen da für das Video wenn ihr das Format mögt also ihr müsst ja nicht unbedingt das spielen mögen aber das Format also wenn das gut ist lasst einen Daumen da dann sehe ich das und ähm ihr helft damit zu bestimmen was auf meinem Kanal läuft beziehungsweise äh sehe ich was euch gefällt und was nicht und kann so ähm die Projekte auch gestalten dass es halt mehr Projekte gibt die mehr Leuten gefallen mhm einleuchtend gut bis zum nächsten Mal dann tschüss